Wie klingt eigentlich ein Faultier? Weiß gar nicht. Schreien die nicht eher so? Schreien? Ich glaube, die schreien. Okay. Das könnte ich auch manchmal, wenn ich auf der Arbeit bin. Die Luna-Bohne guckt uns wieder so teuflisch an. Wieso die Luna-Bohne? Wir werden uns einfach nur tot sehen. Die klingt schon so böse. Wo siehst du denn hier? Luna-Bohne? Oh, ich bin hier runtergefallen. Ja, da beim Ladescreen. Diese große Bohne. Achso. Wie? Ja, wie? Das ist die Luna-Bohne. Diese sadistische. Ja. Ich komme hier einfach nicht weiter, ne? Oh, nein! Schon wieder so doof runtergefallen. Kann ich mal bis nach oben wehen? Nein. Ja. Oh. So, jetzt aber, ey. Meine Phrasen hier, ey. Oh. Komm bei dir. Hol. Alter. Komm ich mal zu dir. Ey, wie soll es denn da hochkommen? Hä? Ich springe voll? Hä? Oh ja, springen. Spring? Ich bin voll Grönügel weggeflogen. Ja. Ah, okay. Jetzt bin ich auch rübergekommen. Ganz komisch. Ach Gott, nein, oder? Ach, du musst auf die Dinger auch noch... Oh Gott, sei das. Auf Bounce. Ey. Leute, ich hab... Also, es ist schon cool. Es ist schon... Aber es ist draufstehen. Es ist schon cool, aber an manchen Stellen... Leute, ich hab zwar in der letzten Aufnahme gesagt, die Maps könnten ruhig ein bisschen geiler und schwieriger sein. Ja, ja, ja. Können wir es nochmal versuchen? Nein, ich sag jetzt nochmal. No. Ich will mal gucken, wie weit ich komm. Ich würde sagen, wir zeigen... Wir zeigen erstmal die anderen Maps. Okay. Es ist cool, aber ich bin extra kein Fan von diesen Bounce-Dingern. Nee, ich kann das gar nicht verstehen. Nee, also ich mag das überhaupt nicht. Auch mit diesem Wind, also diese Ventilatoren, wo du dann mit dem Wind quasi dich so in die Luft gleiten lassen musst, das finde ich auch cool, definitiv. Aber ich hasse solche Hindernisse, die mit solchen Bounce-Gegenständen da irgendwie gemacht sind. Da habe ich schon diverse Frust-Momente gehabt, sagen wir es mal so. Zick-zack-Zommies. Okay. Alles klar. Nobara? Ja. Kuschelbappen? Ich habe schon gedrückt, aber das bleibt ja nicht bestehen, wenn ich drücke, leider. Nobara muss immer stehen bleiben. Okay. Bleib stehen. Jetzt nicht hier. Du sollst schon laufen. Aber stehen bleiben? Nein. Stehen bleiben ist so 2000. Zig-zack-Zummies. Und da grinst dann schon wieder die Luna-Bohne an. Dass die einfach Luna heißt. Ja, das ist für mich Luna. Die heißt nicht so? Nein. Du sagst einfach nur dazu Luna. Ich dachte, die heißt so. Nein. Ich sage einfach nur, das ist für mich Luna. Oh Gott, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Eiswaffelwolf. Was ist das? Hilfe. Okay. Das Eiswaffelwolf will ich. Okay, okay, okay. Okay, das ist geil. Das war jetzt nicht so geil. Ich bin drehtdingern immer nicht klar. Ich bleib da immer dran stecken mit meinem Arsch. Oh Gott, ich bin da durchgekommen. Nein. Oh, weil es jetzt geleckt hat. Willst du mich verarschen, du scheiß Kackgame? Warum passiert das in letzter Zeit immer? Wenn ich so voll im... Mitten im Game bin, dass das auf einmal anfängt zu laggen. Nintendo vielleicht. Nintendo ist der größte Scheiß. So, jetzt habe ich gesagt. Nintendo ist ja hier oft genug saß. Gott, was ist das denn hier jetzt noch? Auch noch mit solchen... Ja, genau. Mit solchen Hindernissen hier. Jo, wie sollst du das machen? Ich habe es eben gerade hingekriegt auf Anlauf, aber... Aua. Ausch. Wow, richtig aufs Maul gelegt. Die Kugel wollte mich auch bedingt. Ah, nein. Ich habe es geschafft. Ich bin vorhin wegen dir. Nein. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, dein dicker Hintern. Ja, was? Die sind schon durch? Ja, die haben das wahrscheinlich schon ein paar Mal gemacht. Sieht aus wie so ein Waffelwolf. Es ist ein Waffelwolf. Der Name hört sich Waffelwolf. Das hört sich so merkwürdig an. Der Waffelwolf. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich sowas mal in den Mund nehme. Der Waffelwolf. Noch mal probieren? Ja. Diese Passage mit den Schrägen und diesen Hindernissen da, das ist ja übel. Das ist ja übel. Okay, dann wollen wir mal. Aber was laberst du? Ich weiß auch nicht. Was war das denn? Gestolpert. Ich bin so richtig hart gestolpert. Das ist normal bei Frau Greuze. Ja, aber auf dem Fließband, wo du rüberspringen willst, du stolperst schon aus dem Kacke. Jetzt kriege ich dieses scheiß Lied nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt bitte schön. Mein Ohrwurm hat wieder zugeschlagen. Ich bin drüben. Ich hänge hier hinten noch ab. Wir sehen uns nicht im Ziel. Oh Gott, was ist das? Nicht schon wieder Bounce-Dinger? Nein. Ey, was habt ihr in dieser Season bitte mit diesen scheiß Bounce-Dingern hier? Die sind vielleicht dazugekommen gerade. Und dann haben sie sich gedacht, ja, die werden wir jetzt benutzen. Oh Gott. Nee, die waren schon von Anfang an dabei. Nein! Tschüss. Nee, tschüss. Tschüss. Gott. Nein, ich habe einen verklebt bekommen. Ich werde hier nicht wegkommen. Ich muss unbedingt mal einen anderen Controller kaufen. Der A-Knopf hängt schon langsam. Immer mal fest. Nein. 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 Ja. Ja. Ey, was ist das bitte für eine Kackstelle, ey? Ich merke schon, es ist alles gut. Nur sobald hier diese Bounce-Dinger da kommen, ist die Map einfach scheiße. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich sehe es. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey. Hey. Hä, wie soll ich mich da oben festhalten? Nein. Nein, ich hätte das nicht tun dürfen. Nein, jetzt ist die Bohne an mich drangeknallt. Jetzt kann ich nochmal anlaufen, dem toll. Die Bohne ist an mich drangeknallt. Oh Gott. Ja. Ich sehe nichts. Oh Gott. Die Bounce-Dinger. Die tun ja weh. Ah. Oh Gott, die Bounce-Dinger, ne? Ich schau mich das nicht an, ey. Sind da noch mehr Bounce-Dinger nach den Bounce-Dingern? Ja. Oh Gott. Ich bin drüben. Und zack. Und zack. Darüber. Nein, nicht hinfallen. Nein. 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 Das war doch die letzte Passage. Ich wurde vom Pendel zerschnitzelt. Ich wusste schon immer, dass Pendelbeschwörung scheiße ist. Aua. Oh, hopp, ey. Oh, der bin ich runtergefallen. Ja. 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 Bist du gerade gekommen? Ich bin der Winner. Oh, cool. Oh Gott. Ja. Ich bin ein bisschen gekommen. Der eine ist immer auf mich draufgefallen, nachher. Alter, was war das für eine Map? Ey, das war ja mal richtig krank. Aber geil. Ich habe 19.946 Punkte gemacht. Aber ist ja auch schon sehr schwer, ne? Also, ja, wenn man es kann und ein paar Mal gemacht hat, ja, aber es war uns, Dinger, ne? Ich habe ja auch doppelte Anzahl. So, ich glaube, das war jetzt, ähm, noch eine Special Map. Oh Gott. Ey, ich bin jetzt schon... Oh, bitte lass das nicht wieder so kacke sein wie die letzte Terabyte, Terabyte Trial. Nobara push the button. Dass sich die Frau immer dran erinnern muss. Ich weiß auch nicht, warum der nicht gedrückt bleibt, warum ich erst drücken kann, wenn du es ausgesucht hast. Denke ich so, ja, ich habe gedrückt und dann so, ah, nee, ist doch nicht. Ja, wenn ich die Map ändere, dann musst du ja selbst nochmal bestätigen, ja, ich will das spielen. Ja, ich möchte drinnen bleiben. Dafür sind wir doch in einer Gruppe, das ging doch damals auch. Ja, damals war alles besser, als du noch alles kostenlos hinterhergeworfen gekriegt hast. Ja, eben. Oder einfach nur draufdrücken konntest und dann hattest du den Scheiß. Ach, Luna, warum machst du nicht mehr mit? Nur weil der Scheiß nicht mehr kostenlos ist? Das ist halt kein Final Fantasy, ne? Ich finde das... Also, ich mag ja Luna sehr, aber ich finde diesen Grund einfach nur so unglaublich lächerlich. Ja. Gott, was... Ey, schon wieder diese Bounce-Dinger. Warum... Was habt ihr mit diesen Scheiß-Bounce-Dingern? Die müssen doch benutzt werden. Ja, von mir aus benutzt sie, aber die ist so kacke. Ich weiß gar nicht, wie soll man da am besten rüberkommen. Ich meine, da ist ja auch sogar Schleim auf dir eigentlich. Boah, da ist voll die Fresse angeschlagen hier. Wir machen es mal so und so und fuck. Oh mein Gott, du glitscht einfach runter. Dass ich glitsche runter, was? Ja, da ist Schleim auf den letzten Flächen. Achso, das meinst du mit Glitschen. Ich dachte, du meinst hier... Da fliegst du halt einfach runter. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich weiß gar nicht, wie man... Also das finde ich wirklich nicht gut. Ist das ein Rotz? Das ist ja ein unglaublicher Rotz. Ey, so unglaublich rotzig. Das gibt's gar nicht. Finde ich nicht gut aus Level. Da hinten sind noch mehr von den Dingern und ich will eigentlich gar nicht weitermachen. Oh, ich wäre fast durch. Ich wäre fast durchgekommen. Ja, aber hast du schon mal die Map angeguckt da hinten? Siehst du das? Da kommt nur noch sowas. Nein. Wer bei Epic Games dachte sich, okay, ja, die Map können wir so lassen? Einige kriegen das vielleicht auch gut hin, aber... Nein. Wow. Okay, das sah so traurig aus. Ich fand das gut, wie du darüber gefossen wurdest. Hui. Ganz ehrlich, das macht doch keinen Spaß. Saas. Nee. Saas. Deswegen sind wahrscheinlich hier auch nicht so viele drin, ne? Die wollen die Map einfach gar nicht mehr. Alter. Uuuuuh. Der Vogel hat's fast bis rüber geschafft. Ja, ich hab's auch schon fast zweimal rüber geschafft. Das jetzt das dritte Mal. Ich möchte einfach nur weinen. Ich möchte diese Map einfach nur nehmen und sie in den Müll werfen. Oh mein Gott. Ja. Ich hab's geschafft. Ich bin drüben. Ich zähl' ich als Sieg. Ich zähl' ich als Sieg. Oh Gott, jetzt noch sind diese... Ja, genau. Ey, raste doch völlig aus. Oh boah. Jetzt noch diese Laufbänder mit diesen Bounce-Dingern. Ich bin drüben. Was ist los? So's. Ich glaub, es gibt einfach einen Trick dabei, aber wir wissen den einfach nicht. Jetzt schon wieder solche Bounce-Dinger, ey. Was habt ihr bitte mit diesen scheiß Bounce-Dingern? Atmen. Ach, sheesh. Ganz ehrlich, die Map macht null Spaß. Nee. Das macht einfach nur null Spaß. Welcher Spacko, der sich diese Map ausgedacht hat, dachte, das ist eine geile Idee. Das darfst du nicht mehr durchgehen. Nicht als Creator. Der war einfach nur geistig gestört im Kopf anscheinend. Naja, es ist halt anfordernd. Ja, aber... Es kann ja ruhig fordernd sein, aber... Nicht so scheiße. Das macht halt keinen Spaß. Vor allen Dingen das Glitschen, dass er noch unter den anderen dann noch Schleim unter ist, dass er halt weggerutscht. Ich finde, der hat seine eigene Mütze noch einmal gespielt. Nein, nie wieder. Pff, das glaube ich aber auch. Es macht keinen Bock. Wieso habe ich das Gefühl, dass das die Map sein wird, wo wir am längsten dran sitzen werden? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir da haben. Gar keine. Die Runde ist vorbei, sobald irgendeiner es geschafft hat. Echt? Ja, oder siehst du irgendwo ein Zeitlimit? Oh, jetzt muss ich keinen Fehler machen. Ich bin drüben! Ich bin drüben! Aber schon wieder solche Bounce-Dinger mit Glitch-Boden, ey. Ja, Rob, come on. Du bist einfach der Erste sein. Oh! Keiner voll war. Ey, 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 ich glaube, jetzt kommt einfach eine Kombination aus allem, was jetzt vorher war. Die ganze Hölle wird sich auftun. Die ganze Hölle auf einem Schlag jetzt. Alter! Wow. Ja, genau, jetzt lag nochmal, du Scheiß-Drecks-Game. Ey, du willst das machen? Wenn du bei so einem Sprung überhaupt keine Kontrolle über dich hast. Ja, genau. Genau. Lustig, lustig, trommelalala. Alter! Bleib da stehen. Natürlich. Wieso habe ich das Gefühl, dass du das in einem Rutsch schaffen musst? Oh Gott, ey. Wie bin ich da so weit durchgekommen? Was sollst du das hinkriegen? Das ist doch abnormal. Kein sterbliches Wesen kann doch diese Map schaffen. Ja, jetzt lagst du schon wieder. Ja, genau. Du Scheiß-Verficktes-Drecks-Game. Ich bin voll geil, ich muss laggen. Nein, nein. Du magst doch Schmerzen. Ich hör's dir doch an. Halt die Sch- Wieso will ich jetzt gemein zu dir sein? Ey, du machst mir doch gar nichts. Erst hast du nicht so mit dir reden und dann sagst du mir, dass ich so ein Schnauze halten. Du kannst dich nicht entscheiden. Anno, aber es tut mir leid. Nein, das ist egal. Fühl dich virtuell von mir getrostknuddelt. Darf ich dich lieber außen feitschen? Virtuell. Was? Schmerz und Schreie sind das beste Pflaster. Alter. Aua. Siehst du? Oh nein, da ist einer bei mir. Wie kann er es wagen? Ich bin aber noch am Ziel. Ich weiß gar nicht, wie du da rübergekommen bist. Ich weiß es auch nicht. Ich hab's irgendwie gemacht. Sollte wahrscheinlich einfach nicht mehr nachdenken und einfach nur noch hüpfen. Ja, mach einfach den Ultra-Instinkt und ja, let's go. Nein, plötzlich überziehe ich dich einfach. Das wäre irgendwo traurig und schon wieder hat's gerüttt. Das wäre ja wirklich traurig, ja. Ey, ich glaub, ich glaub, der Typ hat's geschafft, ey. Der Typ hat's einfach geschafft. Oder auch nicht. Ich glaub, er hat verkackt. Er ist nämlich, er ist nämlich wieder bei mir. Was für eine komische Fallgeist-Runde. Schmerz. Das sah grad so dumm aus. Mein Charakter springt, landet auf dieser Plattform und rutscht erst mal voll auf seinen eigenen Füßen aus und fällt runter. Oh. Ist schon wieder. Oh, hopp. Wie soll's denn da hinkommen, wenn diese scheiß Bounce-Dinger so richtig kacke Platz sind? Was war das denn gerade? Das ist wirklich minimale Arbeit, die du da leisten kannst, damit du überhaupt da irgendwo rüberkommst. Das ist Maßarbeit. Das ist Maßarbeit. Ja, es ist machbar, aber schön ist es nicht. Es ist machbar. Es ist machbar, sagt sie. Das ist jetzt, wenn du so irgendwie Endgame bist und keinen Bock mehr hast, also schon alles durchgezockt hast, dann ist das eins der Level. Nein, 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 nein. Ich war doch schon fast da. Ich war doch schon fast drüben. Ich... Okay. Versteh dich vollkommen. Ja. Ey, Leute, aber ich geb einfach nicht auf. Ich hör das ticken. Ich geb auf. Oh, Doftzeitlimit? Ja, anscheinend schon. Alter, ey. War so weit. Das hat keiner geschafft. Natürlich hat das keiner geschafft. Alter, ihr seid einfach alle... Ja, wir sind einfach alle scheiße. Ich glaub, es war jetzt auch nicht die Geilste. Da fand ich die andere, wo man also laufen kann und rübergehen konnte, viel besser. Wollen wir die nochmal machen? Nein. Sonst am Schluss. Nein. Aber warum denn... Ja, ist ja fein. Einmal, einmal können wir sie ja nochmal machen. Ja. Es ist ein Map. Es ist ein Map.